So Leute, wir müssen nochmal reden, es war mal wieder Zeit für so ein Video, denn folgendes ist nun Stand der Dinge, also ich bekomme häufig Nachrichten oder auch in der Gruppe oder auch bei den Kommentaren natürlich ganz viel von wegen, häufig auch in Bezug auf Veracity, so von wegen, ja, aber der bleibt ja links liegen, das ist ja ein Kackprojekt, der underperformt ja, der performt ja gar nicht wie er sollte und natürlich zum Teil, weil es viel Veracity betrifft, wollen wir einmal darauf eingehen, aber generell auch einfach das Thema so ein bisschen ansteigen, so jetzt gerade liegen gebliebene Projekte, denn ich lese das relativ häufig gerade und ich habe das Gefühl, dass die Leute hier jetzt gerade anfangen, sehr, sehr große Fehler zu machen und dementsprechend würde ich sagen, legen wir direkt los. Gehen wir rüber in den Splitscreen, das ist natürlich hier der Veracity Chart, wie gesagt, das soll jetzt einfach nur ein fiktives Beispiel anhand von Veracity sein, weil es dazu sehr, sehr häufig kam und viele natürlich jetzt auch mit der Performance enttäuscht sind, generell geht es aber um alle Projekte, sage ich einfach mal, die jetzt so ein bisschen der Performance liegen geblieben sind, die underperformed haben, die noch nicht mal vielleicht unbedingt bei der Bitcoin Performance mithalten konnten und ja, das ist natürlich die größte Gefahr im gesamten Kryptospace oder beim Investieren einfach das Thema Emotionen. Wir sehen natürlich, ja, der Kollege hat statt in Veracity in Tau investiert und Tau hat jetzt ein 10x gemacht und ich habe gar nix oder sogar gegebenenfalls ein paar Prozentchen Minus gemacht oder so und das ist dann natürlich ärgerlich und so das übliche, ihr kennt wahrscheinlich so dieses Meme, die Coins, die ich mir angeschaut habe, aber nicht gekauft habe, die gehen so, die Projekte, die ich investiert habe, so, das kennt wahrscheinlich jeder und deswegen drehen gerade, denke ich, viele ziemlich am Rad und man sollte sich meiner Meinung nach aber genau gegenteilig verhalten, also erstmal dazu gesagt, wer Veracity nicht mag, der soll nicht investieren, ganz klar, wer das Projekt nicht möchte oder das nicht gut findet, der soll die Finger davon lassen, aber berühmtes Zitat von Warren Buffett, der letzte Grund eine Aktie zu kaufen ist, weil sie steigt, also mitten in den Trend einsteigen, ist erstens schon mal ein genereller Fehler, sehr, sehr häufiger Fehler und wenn ich doch zum Beispiel Veracity, wenn ich bereit war, hier zu kaufen, dann bin ich doch am jetzigen Punkt, wenn er noch tiefer steht, erst recht bereit zu kaufen, generell bei allen Projekten, wenn ich davon überzeugt bin und sie noch tiefer stehen, bin ich doch erst recht bereit zu kaufen und vor allem den Fehler, den gerade sehr viele machen werden, wir haben ja immer noch Projekte, die tief stehen im Markt, die jetzt noch nicht gezündet haben und das sind für mich zum Beispiel die Projekte, die gerade besonders attraktiv sind, weil schauen wir uns doch einfach mal Kasper an, der hat bereits sein 100x gemacht, 100x vom Boden aus, sollen wir hier einsteigen, jetzt nur weil er gestiegen ist und weil alle schon gekauft haben, dann sind wir letztendlich die Exit Liquidity für diejenigen, die hier unten gekauft haben und so weiter und so fort natürlich, ich gönne jedem einzelnen Profit, keine Frage, genauso Celestia, Tia, den wir frisch hier mal mit aufgenommen haben Glückwunsch an alle, die hier unten eingestiegen sind, aber jetzt hier oben kaufen, während es andere Projekte im Markt gibt, die noch komplett unten rumkrebsen wo Aufwärtspotenzial immer noch von 2000% ist und sowas das Tier vom jetzigen Punkt aus nochmal easy 2000% macht, schwierig selbst bei Tau, ich weiß, es ist unser Sektencoin, es ist unser Liebling und natürlich kann Tau hochvielstellig, wenn nicht sogar fünfstellig werden aber generell, ja hier jetzt noch einsteigen, ist verdammt risikoreich im Vergleich zu Projekten, die jetzt gerade deutlich tiefer stehen, einfach noch, weil sie noch nicht ihre Rakete gezündet haben so, und das ist so das, was aktuell extrem viele vergessen und den Fehler, den 2021 im Bullrun alle, nahezu alle, oder sagen wir mal 99% bereut haben sie haben einfach nur grüne Kerzen gekauft die haben im CoinMarketcap geguckt, oh hier, XLM hat sogar 100% Profit gemacht, das weiß ich noch ganz genau, das war nämlich einer der ersten wo meine Gruppe noch so ein bisschen kleiner war, mit so ein paar hundert Leuten irgendwie oh, XLM hat 100% gemacht, ja alle rein da, rein da, rein da so, wo ich einfach denke nee, gerade jetzt halt nicht mehr jetzt sollten wir gucken, wo so langsam der Ausstieg kommt und eher auf Projekte fokussieren die noch nicht diese entsprechende Rakete gezündet haben, denn, klar, ist das jetzt so ein bisschen nervig, Veracity oder vielleicht auch ein paar andere Coins, die bleiben jetzt gerade liegen während andere gezündet sind die folgen nicht unbedingt im Zyklus, aber wir haben ja generell Projekte, die sich vom Bitcoin oder vom gesamten Kryptomarkt so ein bisschen abkapseln nicht alle Coins haben gleichzeitig ihre Explosion und das ist gut so, nicht alle Coins haben auch gleichzeitig ihr Alltime High, das wir auscashen müssen und so weiter, das, auch wenn das häufig natürlich einem Zyklus folgt, aber die sind häufig sehr, sehr versetzt deswegen haben wir ja unterschiedlich die Ausbrüche gesehen, ja Kasper hat schon zwischenzeitlich ein 100x gemacht Render hat vorher schon eine Mega-Performance gemacht, Render hat von Januar bis Mai schon seinen 10x gemacht, während Tau jetzt im Oktober erst von Oktober bis Dezember oder jetzt Januar seinen 10x gemacht hat. Wir haben völlig unterschiedliche Zyklen bei diversen Altcoins und deswegen ist es unfassbar risikoreich, einfach immer nur zu sagen, ja okay, der steigt gerade, da gehe ich jetzt rein. Man sollte sich meiner Meinung nach lieber oder eher auf entsprechende Projekte konzentrieren, die jetzt gerade noch nicht so intensiv gezündet haben. Eines davon ist meiner Meinung nach Veracity, zumal da wie gesagt, wer das Projekt nicht mag einfach die Finger davon lassen. Das ist jetzt auch nur ein fiktives Beispiel, weil es darum gerade viel geht. Zumal ist für mich bei Veracity sowieso nur daran nicht, dass der Großteil einfach, da wiederhole ich mich aus vorherigen Videos, aber die Tokenomics nicht versteht und solange die nicht auf eine andere Chain migriert sind und das wird wahrscheinlich erst in Q2, Ende Q2 passieren, dass wir vorher einfach keine krasse Rakete sehen werden. Das ist leider so und das ist aber für diejenigen, die von dem Projekt überzeugt sind, auch noch gut, dass es langfristig zurückgehalten wird, denn bei allen anderen beschweren sich doch auch schon wieder alle. Oh, der ist jetzt viel zu hoch. Soll ich jetzt noch kaufen? Soll ich jetzt nicht kaufen? Bei Veracity oder manchen anderen Projekten ist das eine ganz klare Sache. Der steht tief, man kauft. Hier ist es immer schwierig, auch bei Rio. Auch der hat zwischenzeitlich seine Performance hingelegt und sein 70x gemacht. Kaufen wir den wirklich so hoch hier bei 60 Cent? Klar kann der auch noch über einen Dollar ziehen, aber der Großteil der Rendite ist abgefahren bei diesem Projekt. Oder ist natürlich noch generell ein Low Cap, also insgesamt Long Term. Sicherlich nicht, kannst du da immer noch gut was holen, aber 70x ist gemacht, die ersten 70x. Bei Casper die ersten 100x sind bereits gemacht. Bei Tau ist richtig dick Rendite gefahren vom X-Potenzial hier. Bei Veracity zum Beispiel ist jetzt gerade noch Gornix. Das Potenzial nach oben, wenn wir rauszoomen, das sind immer noch zweieinhalb, dreitausend, viertausend Prozent, die wir hier mitnehmen können. Das siehst du so schnell bei anderen Projekten erstmal wahrscheinlich nicht. Das heißt nicht, dass Veracity das machen muss. Natürlich kann das auch dann irgendwann nochmal so eine Leiche werden. Keine Frage. Das Risiko haben wir bei allen Projekten. Ach, Tau, jetzt schon für 466 Euro. Das so gerade so live mitverfolgen. Das ist einfach mal schön. Ja, das wollte ich jedenfalls nochmal ansprechen. Eine ganz wichtige Geschichte. Ihr sollt nicht darauf reinfallen, nur grüne Kerzen zu kaufen und rote Kerzen zu verkaufen. In dem Sinne, dann werden die gleichen Fehler wie 2021 im Bullrun gemacht. Die FOMO kickt gerade. Das ärgert einen natürlich. Das sind die Emotionen. Wenn ein Projekt steigt, steigt und steigt und man ist einfach immer noch nicht drin. Man hat es verpasst. Man wartet auf einen Reentry und es ist immer noch zu teuer, weil man hat hier die 44 Dollar verpasst und dann kamen dann nur zurück bis nur 200 und das ist ja immer noch zu teuer. Dann kriege ich für 2000 nur 10.000 statt 50 oder 45 hier in dem Bereich. Das ist nervig, aber das ist so. Und dann schauen wir lieber auf Projekte, die wir vielleicht entweder neu mit aufnehmen können oder wo wir noch nicht drin sind, wo wir noch nicht nachgelegt haben, die einfach noch nicht ihre Raketen gemacht haben. Da gibt es einige Projekte von, ja, so haben wir es zum Beispiel auch bei CKB gesehen. Also wie viele haben bei CKB gemeckert? Ey, ach, der knallt doch gar nicht. Wieso habe ich da denn jetzt mein Geld angelegt? Und alles andere zieht auch schon irgendwie doof. Soll ich den swappen? Soll ich nicht lieber doch CKB in andere Projekte packen? Und zack, eine Kerze. Eine Tageskerze, 45 Prozent. Also die Altcoins, die knallen unterschiedlich. Das sind unterschiedliche Narrative, unterschiedliche Bereiche, die sie abdecken, unterschiedliche Zyklen. Es gibt Halving-Prozesse, die alle unterschiedlich anfallen, die nicht alle mit dem Bitcoin gleichziehen. Sei das bei CKB, sei das bei Tau oder auch bei anderen Projekten. Eine Verknappung etc. Und dementsprechend werden sie auch nahezu alle relativ unterschiedlich starten und auch unterschiedliche Prozente machen. Oder man fokussiert sich generell auf neue Projekte. Es wird immer wieder neue Chancen auch geben. Ja, Projekte, die vielleicht neu launchen oder sowas oder die gerade nur zum Mining verfügbar sind, die generell noch gar keinen Bullrun irgendwie hinter sich haben von den Projekten her. Und ja, da gibt es meiner Meinung nach deutlich, deutlich stärkere Chancen jetzt gerade als irgendein Projekt zu kaufen, was da gerade das 100x einfach schon gemacht hat. Auch Flux zum Beispiel, meiner Meinung nach gerade super attraktiv. Kudos. Die haben jetzt gerade erst angefangen, hier entsprechend langsam rauszureagieren. Das sind so die, wo die nächste Rakete jetzt hier zeitnah kommen kann. Und auch bei Veracity ist das nur eine Frage der Zeit, wann da die Rakete kommt, beziehungsweise da ist die Zeit wahrscheinlich relativ offensichtlich, wenn die Token migriert sind. Aber generell, ich denke, jeder weiß, was gemeint ist. Das wollte ich einfach nur nochmal ansprechen, dass ihr einfach ein bisschen lernt, da eure Emotionen ein bisschen in den Griff zu kriegen. Nicht krampfhaft grüne Kerzen kauft und einfach nur, weil es steigt, jetzt dabei sein wollt. Fokussiert euch auf Projekte, die vielleicht noch liegen geblieben sind, wo noch mehr Renditepotenzial ist, in ein Projekt einzusteigen. Was schon 70x, 100x gemacht hat und so weiter, ist häufig sehr, sehr schwierig. Denn all diese Projekte, die werden auch einen 90%, 99% Fall wahrscheinlich wieder erleben. Aber auch bei einem Tao und anderen Projekten wird das passieren. Die werden irgendwann ihre Riesenkorrektur machen, auch wenn die vielleicht erst ihre 5000, 8000 Dollar erreichen. Keine Frage, ich liebe das Projekt ja genauso wie ihr da draußen. Aber auch da wird eine 90, 95, 99% Korrektur kommen. Das haben wir anfangs selbst beim Bitcoin gesehen, das haben wir bei etablierten Projekten wie bei ETH, selbst bei Cardano A da gesehen. Der ist von 1,42 auf 1 Cent runtergefallen und dann wieder hoch auf 3 Dollar. Diese riesigen Korrekturen, die werden früher oder später bei jedem Projekt kommen. Und wenn einfach schon so die ersten 100x abgefahren sind, dann ist es einfach wahrscheinlich, dass das noch kommt. Dann sind meistens, auch wenn man kurzweilig immer noch vielleicht 200, 300% nochmal mitnehmen kann, aber dann ist dann auch schon relativ schnell Feierabend. Und dann kommt irgendwann der große Fall und dann kann man lieber auch einfach mal zuschauen. Man muss nicht jedes Projekt im Portfolio haben, man muss nicht jedes, was gerade steigt im Portfolio haben, nur weil der Kollege XY in die Gruppe reinpostet. Hier, ich habe das und das und das und das Projekt drin und alle haben schon 800% Profite gemacht und ich habe deswegen das stärkste Portfolio hier. Fallt auch sowas nicht rein oder lasst dich davon nicht beirren, besser gesagt, ist ein besserer Ausdruck. Ja, das einfach nochmal dazu. Ich hoffe, jeder weiß, was gemeint war und hat das dementsprechend verstanden. Wir machen das Video in dem Sinne dann natürlich auch jetzt dicht. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ihr lasst mir immer ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!